Rummel in Tübingen noch bis zum 4. Juli wird auf den Wallheimer Wiesen das Sommerfest gefeiert. Mit rasanten Fahrgeschäften, Schießbuden und Autoscooter kommen kleine und große Kinder hier auf ihre Kosten. Die ganz Mutigen trauen sich hier rein und wem das zu viel Nervenkitzel ist, der steigt hier ein. Alternativen gibt's genug. Bis Montag ist der Rummel geöffnet, zudem ist dann auch Kinder- und Familientag.